Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez meldet sich mit einer brandneuen romantischen Komödie zurück, die es ganz schön in sich hat. Shotgun Wedding ist nämlich nicht nur witzig, sondern auch verdammt actionreich. Im Zentrum steht die Traumhochzeit von Lopez-Figur Darcy, die sich ganz plötzlich in einem echten Albtraum verwandelt. Du siehst ja viel besser aus als der Rest von uns. Ich hab so ein komisches Gefühl. Daraus sind Piraten und die haben alle als Geiseln genommen. Ich fange sie mit dem Netz. Ich sprühe denen in die Augen. Um Familie und Freunde zu retten, müssen Darcy und ihr neuer Ehemann Vollgas geben und sich der uneingeladenen Bedrohung in Form von kriminellen Stellen. Ebenfalls mit am Start? Niemand geringeres als Jennifer Coolidge aus den American Pie-Filmen, die im Rahmen der diesjährigen Golden Globe-Verleihung für ihr schauspielerisches Können in der aktuellen Serie The White Lotus ausgezeichnet wurde. Shotgun Wedding lädt dazu ein, der wahrscheinlich verrücktesten Hochzeit des Jahres seinen Besuch abzustatten. Unsere Prognose lautet. Der Film wird seine Zuschauer mit einem gelungenen Genre-Mix aus Romantik, Komödie und Action in seinen Bann ziehen und gerade deshalb für lustige, aber auch spannungsgeladene Momente sorgen. Was ist? Das ist gleich. Hält mir immer besser. Danke.